Wissenschaftliche Filme, Vorlesungs- und Konferenzaufzeichnungen oder Computeranimationen gehören zu Ihrem Arbeitsalltag? Dann nutzen Sie doch das AV-Portal der Technischen Informationsbibliothek. Das TIB AV-Portal bietet Ihnen neue Formen der Suche in qualitätsgeprüften wissenschaftlichen Filmen aus Technik- und Naturwissenschaften. Die Suchergebnisse für Filme aus Technik, Architektur, Chemie, Physik, Mathematik und Informatik werden durch eine automatisierte Videoanalyse und eine semantische Verknüpfung der Daten zu neuem Wissen vernetzt. Diese Techniken unterstützen Sie bei Ihrer Recherche. Die meisten Filme sind frei zugänglich. Wenn Sie registriert sind, können Sie auch Ihre eigenen Filme ins AV-Portal hochladen. Ihre Filme werden nach internationalen Standards erschlossen und gegebenenfalls Langzeit archiviert, mit einem eindeutigen Zitierlink einem Digital Object Identifier versehen, mit weiteren Forschungsinformationen wie Volltexten und Forschungsdaten verknüpft und über das AV-Portal auffindbar gemacht. Was das heißt, zeigen wir Ihnen jetzt. Angenommen, Sie suchen nach Filmen zum Thema Semantik. Das AV-Portal durchsucht nun nicht nur die Metadaten des Films wie Titel, Autor oder Beschreibung nach diesem Begriff, sondern auch den gesprochenen Text, Texteinblendungen und Bildinformationen. Mit den Filtern können Sie die Suchergebnisse weiter eingrenzen. Gehen Sie direkt zum Video. Für jedes Segment werden auf der rechten Seite die Analyseergebnisse der automatischen Text-, Sprach- und Bilderkennung angezeigt. Mit einem Klick auf einen Begriff springen Sie an die gewünschte Stelle im Video. Hier können Sie einen Suchbegriff eingeben und in den Analyseergebnissen suchen. Wenn Sie den Film herunterladen möchten, wählen Sie hier das gewünschte Format. Die Lizenz gibt Aufschluss darüber, wie Sie den Film verwenden dürfen. Abhängig von der Lizenz ist eine DVD-Bestellung sowie das Lizensieren eines Films oder Filmabschnitts möglich. Als angemeldeter Nutzer können Sie auch eine Merkliste anlegen, den Film dort speichern und später wieder abrufen. Mit dieser Angabe können Sie ein Videosegment eindeutig und dauerhaft zitieren, genauso wie Sie es von Texten gewohnt sind. Einfach den Link herauskopieren und Ihrem Dokument hinzufügen. Um den gesamten Film zu zitieren, nutzen Sie bitte den DOI, den Digital Object Identifier. Das TIB-AV-Portal liefert durch die Kombination multimedialer Analyseverfahren optimierte Suchergebnisse für eindeutig referenzierbare und zitierfähige AV-Medien. Es verbindet einfaches und rechtssicheres Publizieren mit einer professionellen Qualitätsprüfung und bewahrt durch Langzeitarchivierung das kulturelle Erbe.